Du bist jetzt live in 3, 2, 1... Wir drehen ja gerade. Guten Abend, guten Tag. Meine Damen und Herren, ich wurde gebeten, die Leute hier von der... haben gesagt, ich soll etwas über die Veranstaltung erzählen. Ich selber basplähe ja gerade auch diesen Deathstroke aus diesem Universum. Aber ich werde Ihnen wahrscheinlich alles nicht sagen, so minder bemittelt, wie die meisten von Ihnen Mikroben sind. Aber wir sind hier in Offenburg. Das ist die Comic-Convention. Ich bin der Klaus. Habt mich verkleidet. Sehen Sie? Es ist großartig hier. Blablabla. Komm, der Scheiß ist jetzt runtergedreht. Das ist doch alles alberne Kacke. Wo ist dieser verdammte Werner Herzog?